Herzlich Willkommen zu dem zweiten Part Hier dem Endboss jetzt zum Besiegen Ja Was wir eigentlich schaffen sollten Okay Na komm ernsthaft Nur weil ich nicht da drauf gesprungen bin So jetzt aber Auf den Kopf Sauber Und noch einmal Verdammt Nein Ernsthaft Boah es war jetzt echt ganz knapp Ich hab ja einmal gerade gefehlt Da ich schon direkt runtergegangen bin Jetzt aber dann haben wir es noch geschafft Und jetzt kriegen wir Multimod Und dann können wir direkt in die nächste Welt reisen Obwohl wir in die nächste Welt Erst beim nächsten Bei dem nächsten Part reisen werden Dann passt das Besser zusammen Wenn wir einen neuen Part anfangen Mit einer neuen Welt Ja Ob wir jetzt mal aufhören So viel zu labern Sondern erstmal Uns über den Multimod freuen Brudels über den See Jetzt fliegen wir zurück zur Odyssey Ich sorge mich um Krone und Peach Wir müssen schnell hinterher Ja Müssen wir echt schnell Aber Das werden wir erst später machen Wir haben unseren Tod Nein danke Tod Wir kommen später mal zurück Auf jeden Fall Wenn euch dieser Endboss Kampf gefallen hat Den ich im letzten Part nicht geschafft habe Beziehungsweise Ich wollte es Dann auch beenden Den letzten Part Der sonst zu lang wird Der ist jetzt mal ganz ganz kurzer Und ich hoffe Euch hat das hier gefallen Wenn ihr neu seid Dann könnt ihr mich gerne abonnieren Wenn ihr mich gut findet Natürlich nur Und Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Dann sehen wir uns beim nächsten Mal